Im Internet steht, dass ich 30 bin, ja gut, im Internet steht auch irgendwie keine Ahnung gelegentlich mal, dass der und der Promi tot ist oder was weiß ich, Digga, Internet verbreitet viel Lügen. Wie gesagt, ich kann es ja nur nochmal jetzt wiederholen, Digga, ich bin keine 30. Sehe ich aus wie 30? Richtig, ich sehe nicht aus wie 30. Hi Leute, ich bin Alex Plays und willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal und heute reden wir über Montana Black und nein, es ist kein Hate Video und zwar reden wir über sein Alter. Und er sagt ja, er ist 23 Jahre alt, aber ich habe zwei Videos gefunden, was das Gegenteil beweist. Und zwar verstehe ich auch nicht, wie er sein richtiges Alter sagt, zum Beispiel in einem anderen Video sagt er, er ist 26 Jahre alt und bei einem anderen Video ist er wieder 23 Jahre alt, das verstehe ich noch nicht. Und das ist ja auch nichts Schlimmes oder so, weil ich denke auch, er macht es irgendwie auch Spaß, ich glaube schon, dass er 30 ist und er ist immer so, als Spaß sagt, dass er 23 Jahre alt ist und dann zeige ich euch jetzt einen Clip und zwar sagt er, dass er seinen allerersten PC mit 26 Jahren bekommen hat. Und hier seht ihr jetzt den Clip. Satz Nummer 10. Meinen allerersten PC habe ich mir mit 25 Jahren gekauft. Der war auch leider nach drei Monaten schon wieder kaputt. Und ja, ihr habt jetzt hier auch den Clip gesehen. Er hat es gesagt, er hat seinen allerersten PC mit 26 bekommen. Und hier ist auch jetzt der zweite Clip. Das Video ist, glaube ich, vor zwei Wochen rausgekommen und da hat er einen Livestream gestartet, wie er die älteren Bilder von sich gezeigt hat als Kind. Und da war er auf dem Bett und lag da einfach. Das Foto wurde gemacht 1992, das sieht man auch unten rechts in der Ecke. Und hier seht ihr auch den Clip. Natürlich auf Twitch nicht zeigen. Guck mal, das war auch so süß. Ja, die Anzeige hier mit dem Datum spinnt. Das ist doch klar, Freunde. Warum müsst ihr das immer alles hinterfragen? Genau, ich war jetzt nochmal das eine. Ja, ihr seht auch, MontanaBlack reagiert da drauf mit einem Anzeige-Bug. Und ja, ich glaube nicht, dass er das jetzt irgendwie reinbearbeitet hat oder so. Ich glaube schon, dass er 30 Jahre alt ist. Und dann wollte ich noch sagen, wenn man jetzt ein Kommando eingibt und zwar schreibt man, wie viele Subs er hat, dann kommt der Bot und schreibt so, MontanaBlack hat zur Zeit leider nur 15.000 Subs, was absolut nicht so wenig ist. Er ist der größte deutsche Streamer und hat ja auch bald die 1.000.000 Follower als erstes in Deutschland. Und ich kapiere nicht, wieso MontanaBlack einfach so einfach hinschreibt. Also, ich weiß, er hat sich hingestiegen. Es hat bestimmt einer seiner Mods gemacht oder wer auch immer seinen Kanal verwaltet. Und schreibt einfach, das ist zu wenig. Das ist einfach nicht wenig. Ich finde es einfach irgendwie egoistisch, aber ja, keine Ahnung, wenn er es so gut empfindet. Aber ich finde es egoistisch. Ihr könnt mir auch gerne eure Meinung dazu schreiben. Ich werde mir alles durchlesen und kommentieren. Und ja, ich finde es ja auch nicht schlimm, wie alt er ist. Aber ich glaube eigentlich nur, dass er uns Zuschauer eigentlich nur damit belügt. Und das war es jetzt auch eigentlich mit dem Video. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, falls ihr das Video auch Klicks bekommt. Ich habe keine Ahnung. Eigentlich habe ich gar keine. Aber wir werden das mal sehen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.